Ihr habt euch sicherlich gefragt und ein paar Leute haben es auch in die Kommentare geschrieben, warum man so lange nichts von uns gehört hat. Auch wir sind natürlich dem süßen Gift des schnellen Erfolges erlegen, sind in höchste Höhen geflogen, haben das ganze Geld verprasst und sind dann natürlich richtig auf die Presse geflogen. Dann ist ganz schön lange gar nichts passiert. Bis wir vor ein paar Wochen wieder Bock bekommen haben. Es hat sich wieder ehrlich und gut angefühlt. Wir wollten euch zeigen, was aus den Backgroundsängern Tina und Adrenalina, den Zwillingsgeschwistern geworden ist und haben so eine Art Homestory angefangen. Wir wollten euch über Choreofranco, die Tanzvideos berichten, über den Pseudorastermann, ob er die Bienenattacke überlebt hat und wie seine Stimme jetzt klingt. Und wo Schwurbschwager Ronny wieder auf die Erde zurückgelassen wurde. Auch hatten wir wieder eine ganz gute Idee für ein neues Lied. Und weil wir ja keine Band mit einem Lied heißen, ist natürlich klar, wenn wir jetzt noch ein zweites Lied machen, dann müssen wir auch eine Band gründen. Und ja, eigentlich war es ganz cool, aber was uns so in den letzten Tagen für Nachrichten erreicht hat, hat uns doch ganz schön da rausgeholt. Und irgendwie fühlt es sich gerade nicht richtig an, da weiterzumachen. Deshalb bitten wir um euer Verständnis, gebt uns noch ein bisschen Zeit dafür. Es kommt was, aber es dauert noch ein bisschen. Wir sind euch auf jeden Fall super dankbar, dass ihr das Hochrisikogebiet so gefeiert habt. Und in diesem Sinne bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.